Biden droht Netanyahu nach Angriff auf Hilfsorganisation. Präsident Biden mahnt Premierminister Netanyahu nach Angriff auf Hilfsorganisation. Präsident Biden mahnt Premierminister Netanyahu nach Angriff auf Hilfsorganisation. Inmitten der zunehmenden Spannungen im Nahen Osten warnte der US-Präsident Joe Biden den israelischen Premierminister Benjamin Netanyahu nach einem mutmaßlichen Angriff auf eine Hilfsorganisation. Laut Angaben des Weißen Hauses forderte Biden in einem Telefonat mit Netanyahu eine gründliche Untersuchung des Vorfalls. Der Präsident drückte seine tiefe Besorgnis über die Eskalation der Gewalt und die daraus folgenden zivilen Opfer aus. Biden betonte, dass die Sicherheit Israels von tragischer und untragischer Gewalt unerlässlich ist, aber auch, dass humanitäre Hilfe und internationale Organisationen in ihrer Arbeit nicht behindert werden dürfen. Der spezifische Vorfall, auf den sich Biden bezog, lässt sich auf Berichte zurückführen, wonach eine Hilfsorganisation angegriffen worden war, wobei mehrere Mitarbeiter verletzt wurden. Die Identität der Angreifer bleibt ungeklärt und die ganze Sachlage unübersichtlich. Während Israel seine eigene Untersuchung des Vorfalls angekündigt hat, hat die Kritik an der Regierung von Netanyahu unterdessen zugenommen. Menschenrechtsorganisationen fordern eine unabhängige, transparente und glaubwürdige Untersuchung des Vorfalls. Die US-amerikanisch-israelischen Beziehungen sind seit langem komplex. Biden und Netanyahu kennen sich seit Jahrzehnten, haben jedoch oft unterschiedliche Ansichten hinsichtlich des Konflikts im Nahen Osten. Die Eskalation der Gewalt und die daraus resultierende humanitäre Krise testen diese Beziehungen immer wieder neu. Die internationale Gemeinschaft beobachtet die Situation genau und drängt auf Frieden und Gerechtigkeit in der Region. Dabei betont sie die Notwendigkeit, zivile Leben zu schützen und humanitäre Hilfe zu gewährleisten. Die jüngsten Ereignisse werfen jedoch weiterhin Fragen nach der Rolle und der Verantwortung der beteiligten Parteien auf. Während Biden und Netanyahu ihre Gespräche fortsetzen, bleibt die Zukunft der Region ungewiss. Es bleibt zu hoffen, dass Dialog und Diplomatie den Weg für eine nachhaltige Lösung ebnen können. Anita Farke, Donnerstag, 4. April 2024 Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.